Die Evangelischen Akademie Bad Boll Eine schmackhafte und verantwortliche Küchenpraxis so viel wert ist Hereinspaziert Kommen Sie mit uns in die Küche und blicken Sie uns über die Schultern Erfahren Sie, woher die Zutaten stammen Treffen Sie die Menschen, die für Sie kochen und auftischen Wir, Küchenleiterinnen wie Mitarbeiterinnen, bereiten sieben Tage in der Woche die Produkte unserer Lieferanten frisch und ohne Lebensmittelzusatzstoffe für Sie zu Schauen Sie sich um, hier wird Salat gewaschen, eine Soße angesetzt, Gemüse eingeschichtet und Bad Boller Rhabarber Tiramisu zubereitet Bei all dem ist uns zweierlei wichtig Es soll Ihnen schmecken und dass wir nachhaltig arbeiten Also ökologisch und sozialverträglich wirtschaften So steht es in unserem Leitbild Wir kaufen in der Region Rund 60% unserer Produkte kommen aus einem Umkreis von 10 bis 20 Kilometern Das spart uns eine Menge an Transportkilometern und Verpackungsmaterial So lassen wir die Küche im Dorf Machen Sie mit uns einen kurzen Verdauungsspaziergang zum nahegelegenen Sonnenhof Hier kommen einige unserer Produkte her Und so sieht eine artgerechte Tierhaltung aus Von diesem etwa 500 Meter entfernten Demeterhof beziehen wir unter anderem unser Vollkornbrot Joghurt Quark Käse Und unsere Frischmilch Diese Milch ist naturbelassener als handelsübliche Milch aus dem Supermarkt Die Produkte verschwinden im Bauch der Akademie Das ist unser Lebensmittellager Sie staunen? Für durchschnittlich 150 Gäste am Tag Die Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Abendessen serviert bekommen Ist der Lagerbestand sehr gering Der Grund? Wir verarbeiten vieles frisch Ihr Wohlbefinden, Ihre Gesundheit und unser aller Umwelt sind uns viel wert Und das lassen wir uns auch etwas kosten 100% aller Lebensmittel aus dem Süden der Erde Wie Kaffee, Tee, Bananen, Gewürze oder Quinoa Kaufen wir aus fairem Handel In der Regel in Bioqualität produziert Bei konventionellen und Bioprodukten spielen wir mit offenen Karten Und lassen uns dies auch durch eine Biozertifizierung amtlich bestätigen Der Anteil von Bioprodukten liegt bei insgesamt 44% Wir ziehen regionale Produkte den Bioprodukten aus weiter Ferne vor Und hoffen, dass in der Region zukünftig mehr und mehr Produzenten auf Bioqualität umstellen werden Einer unserer Lieferanten ist der Bad Boller Metzger Den wir davon schon überzeugen konnten Unser gesamtes Fleisch kommt aus ökologischer Tierhaltung Unsere Devise ist, lieber bezahlen wir etwas mehr für das Kilo und servieren dafür nicht täglich Fleisch Dies kommt Ihnen, der Umwelt und dem Klima zugute Unsere leckeren vegetarischen Gerichte kommen außerdem auch bei Fleischliebhabern sehr gut an Sie fragen nach den Kosten Hochwertige Lebensmittel kosten etwas mehr Aber sie sind ihren Preis wert Dank unserer guten Planung schaffen wir es, die Kosten im Rahmen zu halten Wir kaufen preiswerte saisonale Produkte und gehen verantwortungsvoll mit unserem Budget um Sie sehen, wir bemühen uns jeden Tag nachhaltig zu wirtschaften Der Umwelt, dem Klima und der Zukunft kommender Generationen zuliebe Übrigens, auch Sie als unser Gast tragen mit jedem Bissen unseres Essens dazu bei Arbeitsplätze in der Region zu erhalten Mit kulinarischem Genuss fördern wir Jobs Mit unserer Arbeit zeigen wir, dass Großküchen nachhaltig wirtschaften können Mit unserem Engagement und dem Rückenwind Ihrer Unterstützung wollen wir dazu beitragen, dass langfristig alle Flächen in der Region zu 100% ökologisch bewirtschaftet werden お hungromentest wales – ganz amiga Working z kissed mit meinem vardag Und das gleich DC producto Ich Multi χrüre raus, um verhören Wir müssen uns aussehen los proteín competing Wir müssen mit einem nicht um Und das sind einfach so, dass gleich Geht immer das weit